Wie ist denn der da rauf gekommen? Muss er dann hier drüber balanciert sein? Na gut. Dann würde ich sagen, ich antworte ihm. Nicht. So. Ah, dorthin. Okay. Das ist die Scheune. Das ist echt ein Wetterchen, ey. Drücke, um der Axis 10er-9 anzusehen. Versuche die Scheune. Ah, wird dann auf der Map markiert. Okay. Ich habe 1,56 Dollar. Ist ja gerade mal ein Euro. So, Scheuntor öffnen. Na, 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 los. Da hängt bestimmt irgendwer drin, den wir übersehen haben. Bin ich mir fast sicher. Na, guck mal, er zieht schon die Waffe. Ja, das war so vorhersehbar. Ey, du Pferd. Spinst wohl. Drücke B um... Hier, ich prügel dich. Links, rechts und unten und Mitte und... So, noch ein, noch ein. Ah, willst du noch was? Ey. Hier. Und den habe ich auch noch hier. Pam. Und auf den Boden mit dir. Anzuschauen. Ich befrage ihn mal. Genau, wo ist Colm? Zu packen. So, mein Freund. Ich habe eine Frage. Wo ist Colm, O'Driscoll? Mit den anderen. In einem alten Mining-Camp. Südwesten hier. Näher der Läge. Kann auch schlagen, ne? Ach komm, ich habe irgendwie Lust, ihn mal zu schlagen. Hier. Paar. Was machen Sie hier? Warum sind Sie hier? Wir versuchen, ein paar Tränen zu schlagen. Ich werde die Tränen schlagen. Ich weiß nicht mehr als das. Ich versuche. Also, ich würde sagen, es sieht, wie du das hast, Arthur. Mach das, was du willst mit ihm. Ich bin nicht interessiert. Aber bringe diesen Horsen, wenn du fertig bist. Können erwürgen, verschonen oder schlagen. Ah, es reißt mich so. Ich will ihn nochmal schlagen. Einmal noch. So. Und jetzt verschone ich ihn. Ja, rennen. Du Schwein. Mich von oben angreifen. So ein Penner, ey. So, nimm deine Waffe. Wo ist die? Da unten, da glitzert's. Aufheben. LB. Okay. Zack. Und mein Hut. Ja, ja, ja. Ganz, ganz wichtig. Mein Hut. Ohne Hut, ohne mich. So. Ah, das sieht schon besser aus. Was ist mit Pferd? Hallo, Pferd. Na du? Ich streichel dich erstmal. Ja. Braver Junge. Baue weiter Verbundenheit mit deinem Pferd auf, um sein Vertrauen zu steigern und Werte zu verbessern. Ach ja, das ist diese neue Mechanik hier. Dieses, das Pferd muss uns mögen und wir das Pferd. Finde ich cool. Bin ich gespannt, was das dann für uns bedeutet. Soll ich das hier anbinden? Ist das hier auch so ein Ding? Ah ja, perfekt. So, mein Kleiner. Du bleibst erstmal hier. Da nur was. Ich komme. Prügeleien. Frauengeschrei. Oh, was ich gefunden habe in der Salad. Wild, they hate you. Leave her alone. I wasn't doing nothing. She's one of them odriscolls. No, she ain't. Michael, look at her. Miss, miss. Are you... Okay, Alter. Oh, mein Gott. Oh, 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 oh. Miss, now, it is going to be okay. We mean you no harm. Miss, miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on. Oh, schön, dass wir den Blut abgefackelt. Toll. Das war mein Haus. Hier. Unglaublich. Ach, sie ist das. Sie ist die, äh, Jaden oder wie die heißt. Der Mann ist tot, oder was? Also war das doch ihr Haus. Der Mann ist tot, oder wie die heißt. Es ist okay. Get on. Wir halten dich sicher, bis wir herausfinden, was du machen willst. Was ist dein Name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Misses. I... He... He... He was my husband. Und da geht das Haus zu Bruch. Aber wir haben wenigstens die unschuldige Frau gerettet. Das ist schon mal was wert. Hey, somebody's coming. Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Huh? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. Uh, we found some of them there, but there is more about, apparently, scouting a train. Thank you. And that's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food. And this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink of something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in three days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Hat da gerade wirklich das böse N-Wort gesagt? Schwein. Was? Auf dem Spielstand. Ach ja, da habe ich hier... Das war mein Test. Ja, ich will den gerne überschreiben. Genau. Na, ich muss ja die Grafik testen. So. Zack. Oh, es ist hell. Der Winter. Er zieht vorüber. Tritt auf, verfolgt von Erinnerungen. Er hat nicht gesehen in Tagen. Das Wetter hat nicht geblieben. Er ist stark. Und er ist smart. Aber es ist stark, zumindest. Hallo, Arthur. Abigail? Arthur, wie geht's? Alles gut, Abigail. Und du? Ich brauche dich. Ich brauche dich, ich brauche, ich brauche zu fragen, aber... Es ist little John. Er hat sich wieder in die Grafik getrunken. Er hat sich nicht gesehen in zwei... zwei Tage. Ihr John wird gut. Ich meine, er wird so dumm wie Rocks und so dumm wie Rusted Iron. Aber das ist nicht verändern, weil er in eine snowstorm wurde. Bitte, geh mal nachschauen. Javier? Ja. Javier, würdest du mit Arthur fahren, um zu schauen, John? Du bist zwei Best-Fit-Men, wir haben. Jetzt? Sie sind... Sie sind... Wir haben... Wir sind alle... Wir sind sehr Angst vor ihm. Ich weiß, dass die Situation war, wo er... Und er hat mich verletzt. Ich schaue mich. Wie we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Well, it wouldn't be the first time. Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well... Seems somebody left. Recently. And... that way. Sure, well, come on then. Okay, wir sollen jetzt John suchen. Hier ist noch ein Lager. Das kann ich noch untersuchen, ne? Oh ne, hat er ja schon gemacht. Folge ihm mal. Ja, ich komm doch schon. Das sind ungeduldig alle. So, erstmal schön durchs eiskalte Wasser. Das ist gesundes, härtet nämlich ab. Du denkst, es ist John? Du sagst mir. Es sind horse tracks für sicher, aber... Could be anyone. Let's just see where they lead. So? You were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Take it slow. Big ravine here. Oh, der Gletscher hier. Okay. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. Well, it ain't like him though. Tracks go left. Down here. Davey got shot. Mac and John. Both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Kinokamera. Das ist geil. Das gefällt mir. Kameraperspektive zu wechseln? Ehre? Irgendwas? Keine Ahnung. Ah, doch. Ah, so. Kann ich hier drehen? Okay. Das ist cool. Das ist cool. Hm. Careful, it's getting narrow here. Come on, boy. The horses are getting tired. Yeah. A lot of fresh snow here. Ah, I don't know about this, Javier. We can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Muss ich mal durchklicken? Ah ne, doch. Die war schon gut hier. Ah ja, guck mal. Das sieht gut aus. Almost there, boy. Come on now. Wo sind da langgeritten, der Typ? Voll hier in die Berge? Wo? Wo ist hier was? Ich seh gar nichts. Ich seh nur Schnee und Berge. Ach, da. Ja, natürlich. Ah. Come on. Guck mal weiter in der Kinokamera. Achso, ich kann das nicht untersuchen. Abzuschalten. Ja, machen wir erstmal aus. Wir haben ja alles gefunden. Ah, das ist ein geiles Feature. Das gefällt mir sehr gut. Das ist vor allem schön für die Thumbnails. So. Also dann. Wir kommen dich holen, John. Wenn du das bist. Okay. Dann zu Fuß. Kann ich den Schneestapfen? Kann ich das irgendwie? Ah. Tennessee Walker. Waffen auf Pferd. LB. Ähm. Waffen auf Pferd. Nutze LT oder RT, um die abgesägte Flinte auszuwählen. Abgesägte Flinte. Mach ich denn das? Ah. So. Abgesägte Flinte. Okay. So. Das ist nämlich auch so. Hab ich gelesen. Ich hab mich ja möglichst nicht spoilern lassen vom Spiel. Aber. Äh. Es ist wohl so, dass man also ein. Quasi ein realistisches Inventar hat. Plus das Inventar vom Pferd. Also der Sattel in dem Fall. Was ne coole Idee ist. So. Wer hat denn da rumgeschrien? Hm? Wer war denn das? Zwei Schuss haben wir nur. Äh. Pro Ladung. Oh. Das sieht sehr sehr ungesund aus. Egal. Wird schon klappen. Oh, der Himmel. Wo sind wir hier? Auf dem Mount Everest oder was? So, da vorne leuchtet's gelb. Deine Ausdauer wird links unten. Ja, haben wir schon gehört. Gut. Lücke L um dich zu ducken. Okay. 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 Okay, von hier. Warte, du schaust. Das ist echt schlappig. Bleib näher an der Wand. Hier. Komm schon. Komm schon. Ich soll jetzt hier irgendwas essen, ne? Ah, da war das Spiel nicht ganz pausiert. Das hat halt extrem verlangsamt. Das bringt mir Gesundheit. Was haben wir hier? Das bringt auch Ausdauer, ne? Die Haferkekse. Ich ess mal eins. Er hat so irgendwie nix gebracht. So. So. Ich komme. So. Ah, arschkalt. Wie geht's? Ich bin miserabel. Das sind einige Tage? Ich weiß. Hier. Geh ein Drink davon. Danke. Ah, erstmal ein Schnäpschen. Kentucky bourbon. Hier. John, wo bist du? Von links hier, ne? Huh. Hup. Ach, da unten hängt doch rum. Der arme Kerl. Uh. Oh. Never thought I'd say this, but... Good to see you, Arthur Morgan. Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good, neither. I'm freezing. You don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Uh. 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 You can't go back the way we came. Let's try this way. Uh. Uh. You a sorry sign. Ich kann nicht mit dir diskutieren. Siehst du? Ich habe gesagt, dass du nicht der richtige Mann für das war. Ich bin sicher, dass du das war. Bist du okay? Ich glaube nicht. Komm schon, hoffentlich wird das uns rausgelegt. Ein Wolf, ruhig durch drei. Oder vier. Wo sind sie jetzt hin, die Wölfe? Ah da. Bleib zurück. Ah. Land der Mist. Schnauze, Schnauze. So. Wo ist der andere? So, weg mit dir. Die kann ich jetzt auch abhäuten, oder? Kann ich... Irgendwie ging das doch. Wahrscheinlich geht das jetzt noch nicht. Ja, schnell weg hier. Die haben ja auch ein bisschen was abgezogen, aber nicht allzu viel. Wölge Javier. Na komm, Javier. Ja. Mach mal wieder Kino-Modus, würde ich sagen, beim Reiten. Ja. Wenn's denn geht. Ja, geht. Oh. Achso, muss ich gedrückt halten? Du wirst gut sein. Es ist nur wie ein... ...Dogbeut. Ach. Wann du ein Mann? Ich wurde durch einen Wölk. Und sterb. Eine Stunde später. Du wirst nicht sterben. Nicht noch. Du wirst nicht sterben. Das wäre toll gut, der Wolf. Was sagst du jetzt? Oder gab's das damals noch nicht? Kann natürlich sein, ne? Dass die Wölfe früher einfach ein bisschen netter waren. Und nicht so ganz so verseucht. Oh. Erledige die Wölfe. Äh. Ich, ich. Achso. Wie mach ich... Also. Weg mit dir. So. Wir haben mehr Wölfe auf der Seite. Alle Härten haben wir. Geh raus! Oh, das ist schwierig. Warte. Ich, ich hab's gleich. Nein. Hey Wolf. Ich muss ein bisschen... ...viele Tassen drücken. Das ist gar nicht so einfach. Aber weg mit dir. Und du auch noch? So. Da kenn ich keinen Pardon. Aber noch mehr sind wir nicht, ne? Ja. Du bist noch mit uns, Marston? Ja, ungefähr. Du wirst okay sein. Wir haben jetzt ein paar Schilder. Wir müssen noch ein bisschen fahren. Wir müssen noch ein bisschen fahren. Wir versuchen, den Sand zu verlieren. Wir versuchen, den Sand zu verlieren. Ich will nicht einen Weg zurück nach Kampen. Ich will nicht einen Weg verlassen. Und zurück nach Kampen. Du weißt, wir brauchen eine bessere Geschichte für diesen Skar. Also? Friesen? Bleiden? Starven? Verdammt! Die Todeser sind nicht gut genug für dich. Hier. Wir fahren nach links. Ja. Komm schon. Lass uns stark und zurückkommen. Wir sehen, die Gebäude voran, John? Das ist, wo wir kamen. Nearly da sind. Komm schon! Wer hilft John von diesem Kampen? Wir bekommen hier etwas Hilfe. War schon ein bisschen gewachsen, ne? Das Lager. Oder? Das war vorher noch kleiner. Willst du etwas Hilfe bekommen? Wir brauchen hier etwas Hilfe. Komm, hilf ihm. Du bist links. Du bist links. Hier links. Hier links. Hier links. Hier links. Hier links. Hier links. Komm schon. Wir werden dich warm. Danke. Danke. Hier links. Hier links. Hier links. Danke. 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 Das war gar nicht der Früh, den ich für die Hoffnung hatte. Also, bis gleich. Sous-titrage ST' 501